Wohnen, Arbeiten, Leben Wir haben heutzutage sehr viele Gebäude in Deutschland, die aus Nachrichtsbestand sind und die energetisch nicht auf der Höhe sind. Durch die energetische Sanierung können Sie zum einen das Äußere aufwerten, das Gebäude attraktiver machen und zum anderen den Verbrauch des Gebäudes senken. Und das mit unserer ERC 50 Fassade, sogar im laufenden Betrieb. Also wir bieten hier die Möglichkeit, im laufenden Betrieb, ohne das Gebäude zu entmieten oder zu entwohnen, zu sanieren. Und unsere Themenfenster lassen sich da perfekt integrieren. Der Schwingflügel zeichnen sich durch ihre Großformatigkeit aus. Also für die Architekten ist es natürlich super spannend, weil man Panoramaformate damit realisieren kann, bis 2,50 Meter breite, sehr hohe Transparenz. Man öffnet den Flügel, der steht nicht im Raum, die Fensterbank bleibt frei, es entsteht keine Verletzungsgefahr. Das heißt, der Flügel geht wirklich nach außen auf und ermöglicht eine sehr effiziente Belüftungssituation. Weil oben wird die Luft abgeführt und unten kommt Frischluft hinzu. La maison, le travail et la vie. Casa, lavoro, vita.